Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Tolle Wolle. Heute probieren wir zusammen mal die Strickmühle aus. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, vielleicht ist es für den einen oder anderen aber auch komplett neu. Mit einer Strickmühle kann man solche Schnüre hier arbeiten. Super praktisch für weitere Projekte dann. Kann man zum Beispiel ein Draht durchfädeln und dann schöne Buchstaben formen. Man kann allerdings auch diese dickeren Stränge dann benutzen und mit denen häkeln oder stricken. Es hat halt so ein gestricktes Muster. Diese vier V-Verläufe, die eben immer nach unten laufen und in der Mitte ist das Ganze hohl. Also da kann man dann wie gesagt ein Draht einarbeiten oder auch mit so Ringen arbeiten und das Ganze da eben draufziehen und dann in dem Ring selber noch schön was arbeiten. Also als Grundlage sehr flexibel einsetzbar und eben mit so einer Strickmühle hier auch super einfach selber zu machen. Und wie es genau funktioniert zeige ich euch jetzt. Ich habe dafür hier so ein bisschen mintfarbene Wolle. Das hier ist einmal die Strickmühle selber. In diesem Fall in so einem dunklen lila ton. Hat hier oben diese vier etwas gefährlich aussehenden Haken. Ich erinnere mich so ein bisschen an Angelhaken. Und darunter seht ihr jeweils immer Streben, solche kleinen Stile, die hier so ein bisschen nach unten zeigen. Und wenn ich das dann drehe, bewegen die sich mit. Da seht ihr, geht es näher ran und dort ein bisschen weiter. Und die schließen sich dann im Verlauf der Arbeit auch. Seht ihr gleich alles noch ein bisschen genauer. Und natürlich auch, wie diese Kordeln tatsächlich entstehen. Zusätzlich gibt es hier noch ein Gewicht. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass das Ganze auf Spannung gehalten wird. Und weil man ja die eine Hand hier schon zum Kurbeln braucht und die andere Hand entweder zum Festhalten oder zum Wolleführen oder ja, weil sie auch was anderes damit machen kann in der Zeit, benutzt man eben das Gewicht, um hier für Spannung zu sorgen. Der Faden wird jetzt einmal eingefädelt. Geht grundsätzlich ganz einfach, wenn man den Bogen dabei einmal raus hat. Der kommt hier durch die Öse außen. Geht hoch und geht dann hier in die Mitte hinein. Wird hier durch diese kleine Einkerbung gelegt und dann immer so ein bisschen weiter reingefüttert. Hier seht ihr auch, hier hat sich jetzt der eine Haken auch geschlossen. Und hier unten kommt er auch schon raus. Ich mache das Gewicht jetzt erstmal noch nicht dran. Ich fädel den Faden jetzt erstmal ein. Und zwar drehe ich hier die Kurbel im Uhrzeigersinn. Und ihr seht, hier kommt der erste Haken und nimmt den Faden mit. Das könnt ihr hier oben jetzt schön sehen. In den ersten Haken habe ich also den Faden reingelegt. Jetzt kommt der zweite Haken. Dort lege ich den Faden in der Mitte oder beziehungsweise weiter in der Mitte innen rüber. Also der zweite Haken nimmt den Faden nicht mit. Dann kommt der dritte Haken. Dieser nimmt den Faden wieder. Seht ihr hier, er hat ihn jetzt geholt. Und beim vierten ist es wieder so, dass er den Faden nicht nimmt. Und damit ist der ganze Zauber eigentlich auch schon gelaufen. Ab jetzt wird tatsächlich nur noch gedreht und ich mache auch das Gewicht dran. Und ich ändere die Kameraposition jetzt ein bisschen, damit ihr auch wirklich schön mit oben reingucken könnt. Hier unten habe ich das Gewicht jetzt an den Faden mit dran gegeben. Und hier oben seht ihr jetzt die beiden Haken, die den Faden schon führen. Die beiden Haken, die ihn eben noch nicht führen. Und die Öffnung in der Mitte. Und ich drehe jetzt die Kurbel hier weiter im Uhrzeigersinn. Und der Faden, der halt eben hineingeführt wird, ist ganz locker. Die Spannung wird wirklich von unten aufgebaut. Die kommt eben durch das Gewicht zustande. Und die Haken, die eben schließen, führen die Faden, äh, die Fäden immer wieder durch die Schlingen der Vorreihe durch. Und dadurch ergibt sich eben das Strickmuster und die Kordel. Ihr seht auch hier diese kleinen Haken, die ich euch eben schon mal gezeigt hatte. Diese kleinen, ähm, die Unterseite des Haken tatsächlich, ähm, die die Fäden dann auch unten hält. Die rutschen hier immer runter. Hier schließt das Ganze dann. Ich drehe es mal so ein bisschen. Dann könnt ihr es im Verlauf sehen. Da schnappt es wieder auf. Neuer Faden wird genommen. Es dreht sich immer weiter. Und die Fäden werden immer wieder durchgeführt, wenn die Zacken oder die Haken dann wieder nach unten gehen. Hier unten habe ich immer noch das Gewicht. Und hier oben geht es immer weiter. Und gleich müsste sich eigentlich auch schon die Kordel zeigen. Genau, da kommt sie. Dreht sich natürlich hier immer mit. Genau. Da kommt der Anfang der Kordel. Auch ganz schön Spannung drauf. Also es ist kein wirklich leichtes Gewicht, was da dran hängt. Man kann, ähm, die Strickmühle eben auch gut auf den Tisch stellen. Und das Gewicht, also an der Tischkante und das Gewicht dann vom Tisch runter hängen lassen. Und ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter, dass ich eine schöne Länge habe. Und dann zeige ich euch natürlich auch noch, wie bekommt man tatsächlich dann diese Kordel von der Strickmühle runter. Ich bin jetzt hier in die normale Drehposition zurückgekehrt. Und hier seht ihr jetzt die Kordel, die eben hier rauskommt. Super schön, ebenmäßig, gleichförmig. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Und hier oben eben noch der Faden mit drin. Geht grundsätzlich super einfach jetzt zum Abnehmen. Es wird einfach der Faden gekürzt. Und dann wird weiter gekurbelt. Hier muss natürlich weiter Spannung drauf. Und dann arbeitet sich das einfach von den Haken runter, verschwindet und ich kann es unten rausziehen. Hier ist jetzt die Kordel und sie ist oben jetzt natürlich noch offen und dafür hole ich mir jetzt eine Nadel, um sie zu verschließen. Hier seht ihr jetzt wirklich nochmal sehr, sehr schön die Kordel an sich. Und hier oben eben diesen Schlussbereich. Das sind jetzt diese vier Blätter, nenne ich sie mal. Und ich ziehe nochmal zwei raus. Dadurch wird das Ganze so ein bisschen lockerer. Und ich habe jetzt hier einfach eine Vernähnadel. Die fädele ich jetzt ein. Und es ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen länger geworden, der Endfaden. Also wenn ihr das Ganze auch zu lang gearbeitet habt, könnt ihr das auch problemlos wieder kürzen. Einfach aufziehen. Und zum Schließen gehe ich jetzt einfach mit der Nadel, wo dieser Faden drin eingefädelt ist, hier durch die Schlingen durch. Ich habe jetzt zwei auf einmal gemacht. Man kann die natürlich auch alle einzeln machen oder auch alle zusammen. Jede, durch die ich durch bin, ist natürlich gesichert. Hier ist natürlich Nummer vier. Zusammenziehen und fertig. Jetzt wird dieser Faden natürlich auch noch ein bisschen vernäht. Der wird jetzt einfach hier so reingefädelt. Und versteckt in der Schlinge, in der Kordel selber. Kann er natürlich auch gekürzt werden. Und so habt ihr dann eure Kordel fertig. Kann man auch sehr schön zum Beispiel als Armband benutzen. Oder eben um weitere Sachen damit zu stricken, zu häkeln. Ich habe hier jetzt die Strickmaschine für 2,5 bis 3,5er Wolle. Ich würde jetzt mal so schätzen, das Ergebnis hier ist so für zwölfer Nadeln ganz gut geeignet. Also wirklich eine schöne, schöne Stärke. Kann ich mir auch sehr schön für den Winter vorstellen. Und ja, ich denke, ich werde bestimmt noch so ein bisschen weitere Sachen damit machen. Wenn ihr Lust auf weitere Ideen habt, was man dann mit diesen hübschen Kordeln machen kann, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.